Ich weiß, wie sie ist. Ich weiß auch, wo sie wohnt. Ich lese es bald hinauf. Es ist doch egal. Was ist Frau Oethe? Pläschke. Die Frau Pläschke. Eike. Na, alles klar? Hast du oder hast du jetzt hier? Keine Ahnung, ich kenne sie nicht. Blonde Hohen. Früher ist sie lang, ne? Und der Vater hieß Wolfgang. Und die heißt Marget. Na, Tänze? Alles klar? Na, alles klar oder was? Na, das ist doch gut, ne? Also, weißt du ja Bescheid, ne? Dann lass doch nach wenigstens noch Pfingsten. Na, ich gehe auch noch. Ostern gibt es ja gar nichts mehr. Wir können ja auch noch bis Oktober warten. Da gibt es ja noch hier, wie heißt dann, die Vereinigung, was ich meine. Dann gibt es auch noch Bus und Bett, wo es sich dann reinbetten tut und dann Christkind sein soll oder ich weiß noch nicht. Also, weißt du Bescheid, ne? Kann mich ein bisschen Außen anladen, Bärischladen, ne? Ja? Das ist doch gut, ne? Ja, Entschuldige.